So Leute, da sind wir beim nächsten Blacky Talk. Und für die Leute, die das hier als Video sehen, ich sitze gerade an meinem Laptop, weil ich habe so ein kleines Problem mit meiner Digicam. Da muss ich mal schauen, wie ich das gefixt kriege. Es ist natürlich sehr sehr ungünstig, jetzt wo es gerade auf die 1000 zugeht und auf mega coole Events wie das Command Fest und ähnliches, dass dann die Digicam versagt. Mal gucken. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es um Bulk, beziehungsweise so ein bisschen was um, wie bekomme ich Karten, wie werde ich Karten wieder los und welche Karten lohnen sich zu halten. Und wie immer, dieser Blacky Talk ist ein bisschen kürzer. Es ist so, dass ich nicht immer eine Stunde Podcasts aufnehme, sondern meistens eher so 20, 30 Minuten. Dementsprechend tut mir leid für die Leute, die es länger haben wollen. Ich finde 20, 30 Minuten völlig ausreichend. Dementsprechend kommen wir auch fast schon direkt zum ersten Thema. Beziehungsweise zum Startthema, womit das Ganze beginnt. Und zwar, wie bekomme ich Karten? Wir haben ja gerade in unserer Community sehr sehr viele sehr alte Hasen und sehr sehr viele sehr junge Hasen. Bedeutet, wir haben eine Menge neue Spieler bei uns in der Community. Gleichzeitig haben wir auch Leute, die früher schon mal gespielt haben, vielleicht noch alte Karten rumliegen haben oder Leute, die die ganze Zeit durchgespielt haben. Für jeden von diesen Personen gibt es eine andere Art, an Karten ranzukommen. Ich sage mal, die Person, die wirklich, wirklich, wirklich einfach Booster rippen will, Setbooster. Nehmt euch Setbooster. Die hat Spaß dabei, Booster aufzumachen. Die wird Booster aufmachen. Egal, was ich jetzt gleich sagen werde. Und das ist für den Anfang vielleicht auch gar nicht immer so verkehrt. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die bei neuen Kölnlingen bzw. neuen Spielern sagen, ja, kauf dir keine Booster, das ist Geldverschwendung. Geh lieber auf Karten mal und kauf dir dort Karten. Die Personen sind neu im Spiel. Woher sollen die wissen, welche Karten die kaufen können? Ernsthaft? Woher? Das finde ich immer so real, wie Leute dann auf einmal jemandem was sagen können, so hey, kauf dir die Karten und dabei dann nicht sagen, welche oder was lohnt sich oder welche Produkte lohnen sich. Magic hat Anfängerprodukte. Nicht viele, aber ein paar. Und ein paar von den Produkten lohnen sich auch. Aber wenn ich Neuling bin und mir ein Set-Display holen möchte, dann lasst mich doch ein Set-Display holen. Lasst mich auf Gottes wegen kein Draft-Display holen, aber ein Set-Display. Warum nicht? Natürlich wissen alle, wenn es sich rentieren würde, Displays zu holen, dann würden wir alle Displays holen, würden die aufmachen, auf Cardmarket verscheuern und ein neues Display machen. Das nennt sich dann Booster-Game und geht meistens sehr schief. Und das funktioniert halt nicht. Das wissen wir alle. Aber wir evaluieren Karten ja auch ganz anders, wie jemand, der gerade neu ins Spiel gekommen ist. Jemand, der gerade neu im Spiel ist, freut sich über jede Kammen, jede Ankamm, jedes Artwork, jede nur ach so seltsame Karte, die man spielen kann. Denen ist das egal, ob die Karte jetzt 2 oder 3 Euro wert ist. Die wollen einfach nur das Spiel spielen und Spaß daran haben. Ich hab Anfängern schon einfach mal Displays geschenkt. Jetzt sagen alle, pfff, what hat er gemacht? Ja, Displays voller Kamps und Ankamps. Warum nicht? Die freuen sich darüber. Für mich ist das Bulk. Zur Bulk kommen wir gleich noch. Aber die freuen sich darüber. Genauso wie sie sich freuen, für 7 Euro ein Starterdeck zu kaufen, wo 2 Decks drin sind, mit 2, 3 Rears, wo sie ein bisschen gegen spielen können. Womit die Spaß haben. Warum nicht? Es sind Neulinge. Sie wollen ihren Weg finden. Natürlich regretten wir alle so, oh mein Gott, hätte ich damals keine Booster erkauft, sondern direkt irgendwelche Karten, Einzelkarten auf Cardmarket. Erstens, vielleicht gab es Cardmarket damals noch nicht. Und zweitens, ganz im Ernst, wir hätten es nicht besser gewusst. Also ich nicht. So hundertprozentig nicht. Weil ich habe mich damals gefreut, dass ich einen gepanzerten Bramwurm aus dem Booster gezogen habe. Aus diesen Turnier-Kids, die ja damals für Sealed Deck da waren. Und so weiter und so fort. Damit, da habe ich einen Bramwurm rausgezogen. Ich war begeistert. Gepanzerte Bramwurm. 7x88 Hexproof. Wow. Das war der absolute Wahnsinn für mich damals. Und ich fand die Karte cool. Die Karte kostet keine 2 Cent das Playset. Das war mir egal. Ich wollte diese Karte haben. Ich habe Booster aufgemacht, um diese Karte zu bekommen. Und habe dabei eine immensen Anzahl an Karten bekommen, mit denen ich spielen konnte, mit denen ich Spaß haben konnte in Merodin. Ich hatte Spaß damit. Ja, es ist Geldverschwendung. Das müssen wir den Personen auch irgendwie sagen. Natürlich, ganz klar. Aber sie deshalb nicht davon abhalten. Wenn die Person das machen will, warum nicht? Dann lass die Person die Booster aufmachen. Ich habe so viele Freunde im Umkreis, die sagen, hey, ich will noch mal Booster aufmachen. Oder ich kaufe mir zu jeder Edition fünf Set-Booster zum Aufmachen einfach. Oder andere Leute, die sagen, hey, ich kaufe mir ein Set-Display im Monat, weil ich kann es mir im Monat leisten und ich will einfach jeden Tag in meinem Monat so einen Booster aufmachen. Wie auch immer die Personen. Das schaffen nicht alle gleichzeitig aufzurippen. Aber so Leute gibt es. Und die sollte man nicht verurteilen. Das passiert leider aktuell, habe ich mitbekommen, sehr, sehr hart. Dass Leuten gesagt wird, hey, nein, kauft auf jeden Fall Einzelkarten. Und die Leute wissen nicht mehr, welche Einzelkarten sie kaufen wollen. Oder vielleicht wollen sie einfach Booster aufmachen. Vielleicht sind sie einfach Genießer im Booster aufmachen. Klar, die können ja noch Collector-Booster aufmachen, aber das ist was völlig anderes. Und diese Arten von Menschen sind für das Spiel immens wichtig. Wenn alle nur noch Singles kaufen würden, wo kommen die Singles denn her? Nicht von Wizards direkt. Und die meisten Leute, die die ganze Zeit predigen, buy Singles only, sind auch die Leute, die sich darüber beschweren, dass Wizards darauf reagiert hat, dass die Leute nur Einzelkarten kaufen und Secret Layer gedruckt haben. Das ist der völlig richtige Move für Wizards. Weil die Leute kaufen weniger Produkte. Das ist uns bewusst. Kamigawa ausgenommen. Kamigawa nehmen wir raus. Kamigawa war ein immens geiles Set mit tausend geilen Karten und es wurde so oft aufgemacht. Wow. Aber sie wollen halt Einzelkarten. Und naja, Wizards wäre dumm, wenn sie darauf nicht reagieren würden und die auch verkaufen würden. Und das ist genau der Punkt, wo ich mich so ein bisschen an dieser Problematik aufhänge. Es ist keine Schande, Booster zu kaufen. Keine Schande, Booster aufzumachen. Ja, es ist Geldverschwendung. Sollten die Leute davon abhalten? Nein. Genauso gibt es Commander Decks, Starter Decks, wie auch immer, was für Decks es auch gerade sind oder eine Command Collection, wo Leute sagen, hey, ich finde, das ist das Geld nicht wert, das sie kosten. Vollkommen korrekt. Das gibt es. Allerdings muss ich sagen, wer evaluiert das? Ich? Du? Für wen evaluieren wir das? Für jemand anderen oder für uns? Meiner Meinung nach für uns. Und dementsprechend gar keine Frage, dass wir einfach anderen Leuten auch das Produkt lassen, wenn sie es cool finden und aufmachen wollen. Wenn sie wollen, was da für Karten drin sind, wenn sie die Strategie cool finden und ähnliches. Auch wenn das Produkt vielleicht überteuert ist. Solange die Leute Spaß haben, ist mir das egal. Und ein ähnliches Prinzip haben wir dann auch mit den Leuten, die die Karten besitzen. Ich als etablierter Spieler besitze eine Menge Bulk. Bulk bedeutet, das sind Karten, die selbst als Playset keine 2 Cent auf Kartenmarkt kosten. Warum kosten sie 2 Cent? Weil Kartenmarkt mindestens 1 Cent abzieht an Gebühren. Das heißt, man macht an dem Playset 1 Cent. Das ist nicht viel. Für 4 Karten dann. Das ist wirklich nicht viel. Und was machen Spieler dann damit? Sammler wollen sie vielleicht haben. Cummins. Stapelweise Cummins. Ich weiß nicht, ich werde gerade hier kurz mal rauszoomen. Dann seht ihr hier Stapelweise Cummins. Und Ankams. Und Tokens. Und Länder. Und Müll. Für mich Müll. Andere Leute werden sagen, oh Blacky, du hast so viele Karten. Voll cool. Ich nehme auch deine Cummins und Ankams. Verschenke die oder verkauft sie oder ähnliches. Was kann man mit Bulk machen? Bulk kann man ganz, ganz Firmen machen. Erstens, wie ich schon oft erwähnt habe, verschenkt es an neue Spieler, an Schulen, an Leute, die es haben wollen, an wohltätige Einrichtungen in euren Local Game Store. Und naja, gebt denen das. Die können damit neue Spieler anfixen. Mit neuen Spielern habt ihr neue Spieler, die ihr spielen könnt. Bei Stores muss man irgendwie mal schauen. Es gibt auch Stores, die die ganzen Sachen dann irgendwie verschnüren und als Hunderter-Packs wieder auf Ebay hauen und damit Gewinn machen und so weiter. Das nimmt mittlerweile ab. Die Spieler und auch die Spielerinnen und auch die neue Spieler und Spielerinnen, die wissen langsam aber sicher, dass diese Ebay 100 Grares Abzocke sind. Selbst für einen Euro. Wobei, für einen Euro würde ich 100 Grares kaufen. Aber die kosten ja meistens so 5 Euro für 10 Rares oder so. Und das ist es nicht wert. Das sind die Rares meistens nicht wert. Ansonsten wären sie nicht auf Ebay online. Oder ein anderer Spieler, Spielerinnen, Sammler, Sammlerin, hätte die Dinger schon lange geholt. Und dann könntet ihr die nicht mehr kaufen. So oder so, wenn ihr Balken habt, es gibt Faustregeln zum Verkaufen. Es gibt Leute, die stellen ihren Balken auf Ebay oder verkaufen die, wie gesagt, an Händler. Also wirklich verkaufen an Händler. Nicht spenden an den Local Game Store, der das weitergibt, sondern explizit Händler, die auch Balken kaufen. Da gibt es verschiedenste Personen, die verschiedenste Sachen machen. Es gibt Händler, die kaufen per Kilo Kams und Ankams zusammen und die Rares 10 Cent. Also Rares 10 Cent ist so ein Begriff, da könnt ihr euch drauf einschießen. Eine Rare kostet beim Händler ungefähr 10 Cent, wenn ihr dem Händler die verkauft. Was okay ist. Der macht aber auch keine Ausnahmen, dass eine Foil oder Non-Foil ist. Sollte man mittlerweile sowieso nicht mehr. Es gibt Sets, da sind die Foil-Karten weniger wert wie die Non-Foils, weil sie häufiger sind. Dann habt ihr den Punkt, dass eben, zumindest normalerweise, wenn man nach Anzahl geht, drei Cummins 1 Cent sind. Das ist nicht viel. Und zwei Ankams sind auch 1 Cent. Das ist auch nicht viel. Wenn ihr dann aber so einen ganzen Stapel habt, kann das halt mal so 20, 30 Euro sein. Vielleicht nicht mit so einem kleinen Stapel, aber halt mit einem großen Stapel. Kann das mal 20, 30 Euro sein. Haben oder nicht haben. Der Händler wird sich selber unter den Nagel reißen, wird sich die Karten durchgucken, wird vielleicht noch teurere Karten finden, die ihr übersehen habt und wird die anderen Sachen online stellen für ein bisschen mehr an Preis und wird dann seine Gewinnmarge rausmachen. Und das ist vollkommen okay. Das ist ja genau das, wie solche Händler überhaupt agieren und leben können. Natürlich leben die nicht nur vom Balk, die kaufen auch große, teure Karten an. Aber von denen reden wir hier nicht. Wir reden wirklich davon, Masse an Cummins und Ankams. Und Rears unter 10 Cent, also bis 10 Cent. Und selbst dann kann man was damit anfangen. Selbst dann werdet ihr Personen finden, die daran Spaß haben. Wir haben eine Zeit lang, das war mega cool, wir haben alles gehortet, was wir hatten und haben das in Farbkisten sortiert. Also die schwarzen Karten waren in einer Kiste, die grünen Karten in einer Kiste, die blauen Karten in einer Kiste und, und, und. Und was wir damit dann gemacht haben, ist, wir haben einfach 40 Karten genommen, haben die aus dieser Farbe rausgenommen, also 40 rote Karten, random. Dann waren dann alle Editionen, die waren dann von Revised bis ins neueste Set. Damals war das, ich glaube, Return to Zendika oder so ein Quatsch. War da alles mit drin. Bunt gemischt, nicht sortiert, einfach bunt Farben drin. Cummins und Ankams. Und dann haben wir 20 Länder dabei geschmissen und haben das gegeneinander gespielt, im Multiplayer. Und dann kamen lustige Sachen bei rum, wie zum Beispiel einen Nizumi, den man opfern kann, um einen Ninja zu zerstören. Aber niemand hatte Ninjas. Bis dann auf einmal der Blauspieler einen Ninja of the Deep Hour gespielt hat. Und auf einmal war da ein Ninja, den man zerstören konnte. Und wir haben es alle gefeiert. Wir haben so viel Zeit damit. Einfach random 40 rote und 40 grüne Karten, ein paar Mountains bei, gib ihm spielen. War der Hammer. Natürlich macht man das nur, wenn man so ein bisschen casual vor sich hinspielt. Das ist sowas ähnliches wie Jumpstart. Wenn man sich irgendwie mehr auf Commander eingeschossen hat, dann macht man das nicht. Dann gibt es keinen Grund dafür, das zu tun. Man hat mit den Command-Decks genug Abwechslung. Aber selbst dann evaluiert man Karten ja ganz anders. Eine Äther-Fiole ist für einen Commander-Spieler eine nutzlose Karte. Oder meistens nutzlos. Weil was sind wir machen? Sie auf 15 hochtrickern, damit man sich den komischen Wurm da reinlegen kann. Das ist ja Quatsch. Eine Äther-Fiole ist für einen Turnierspieler da. Und damit evaluiert ihr automatisch eure Karten anders, je nachdem, was für ein Spielertype seid. Seid ihr ein Turnierspieler? Seid ihr ein Commander-Spieler? Seid ihr ein Draft-Spieler, der seine Karten sowieso nicht mehr braucht? Der die Rares irgendwie auf Card Market verkloppt und dann die Kamsen ankam und es irgendeinem neuen Spieler im Laden schenkt. Oder daheim so eine Kiste, der Schande aufmacht, wie ich das auch gemacht habe teilweise. Aber das finde ich so wichtig. Lasst die Karten nicht vergammeln. Spielt sie, wenn ihr sie schon hortet und sie nicht verkaufen wollt oder verschenken wollt. Ich kenne ein paar Leute, die ihre Karten verschenkt haben, verkauft haben und Ähnliches, die das dann hart bereut haben. Die dann gesagt haben, oh mein Gott, Blackie, die hast du gesehen. Die Karte, die ich verkauft habe, die habe ich mit im Balk weggegeben. Die kostet jetzt 5 Euro. Ja. Und jemand anderes, der diesen Balk jetzt hat, der vielleicht noch die Karte hat, freut sich darüber, dass er 5 Euro gemacht hat. Warum solltest du jetzt darüber weinen? Das musst du nicht. Oder solltest du nicht. Sagen wir es mal so. Weil im Endeffekt, du hast den Preis bekommen, den du haben wolltest. Oder hast die Karte verschenkt und jemand anders glücklich gemacht. Darum ging es. Es ging nicht um 5 Euro. Und es geht beim Balken nie um irgendwelche großen Beträge. Es geht immer nur um Centbeträge. Balk ist nie wirklich ein großer Betrag. Selbst bei uns. Wir haben teilweise riesige 15-Kilo-Pakete en masse hier rausgeschleppt. Und das waren keine vierstelligen Beträge. Das war unterer dreistelliger Bereich. So 150 Euro oder so. Das war nichts. Glaubt mir. Das war nichts. Heute sage ich, boah, hätten wir das mal an irgendeine Schule gegeben. An irgendwie ein Kinderheim, an Jugendhort oder sonst was. Hätten wir das mal gemacht. Hätten wir es gewusst, dass das geht. Dann hätten wir das tun sollen. Auf die paar Euro kam es keinem von uns an eigentlich. Wir wollten die Karten nur loswerden. Und das war schon schwierig genug. Weil es gibt nicht so viele Leute, die diesen Balk haben wollen, die den ankaufen. Händler, ja. Sammler, ja. Und vielleicht ein paar Goldgräber, die halt auf Ebay oder ähnliches einfach sich kleine Sammlungen kaufen. 1, 2, 3, 4 coole Karten raus haben und dann das Ding wieder verkaufen und hoffen, dass jemand anderes, Händler, Sammler oder ein anderer Goldgräber das Ding kauft. So, Leute, gibt es auch. Und damit kommen wir zum dritten Part, dem Part für Neulinge. Wenn ihr Karten kauft, nicht bei eurem Händler oder über Displays oder ähnliches, sondern per Ebay oder sonst irgendwo, dann passt auf. Es gibt eine Menge Leute, die ihren Balk, ihren Müll dort reinwerfen. Und wenn ihr natürlich sagt, hey, ich will einfach nur Karten haben. 15 Kilo Karten für 4 Euro. Go for it. Dann habt ihr Spaß damit. Das ist okay. Wenn ihr aber gerade in so einer kleinen Goldgräberstimmung seid und in die kommen wir alle mal rein, wenn wir einen Booster aufmachen und merken so, oh, die Karte ist wirklich was wert. Oder auch die erste Mal, dass man so eine kleine Sammlung auf Ebay gekauft hat und auf einmal ist da so eine 3-Euro-Karte drin. Man hat 5 Euro bezahlt. Das war fast umsonst. Das war voll gut. Aber da müsst ihr aufpassen. Ich habe schon eine Menge Sammlungen über Ebay und Ebay-Kleinanzeiger gekauft. Wirklich eine Menge. Weil ich da meinen Spaß dran habe. Ich setze mich dann hier hin. Ich fange an, die zu sortieren. Ich fuche mir die Karten an. Ich gucke mir auch Zeiten an, wenn dann Karten zum Beispiel aus einer gewissen Zeit da sind. Also gerade so Exodus und Wallwall. Light. Das ist so meine Lieblingszeit. Gerade von Artworks, Effekten und Ähnlichem. Aber auch neuerer Stuff oder Ähnliches. Alles schon eingekauft. Gar kein Problem. Ich habe ganz, ganz oft, dass Leute einfach nur ihren Müll loswerden wollten. Und ich den halt für relativ günstig Geld gekauft habe, um nochmal drüber zu gucken und dann wieder als Müll weiterverkauft habe. Außer, dass ich so ehrlich war, als Müll deklariert habe. Aber wenn ihr zum Beispiel Neuling seid und sagt, hey, ich kaufe mir dieses schwarze Vampir-Deck auf Ebay. Das ist bestimmt voll gut. Komplette Decks sind selten gut auf Ebay. Ja, wenn ihr einfach einen schwarzen Vampir-Deck haben wollt und ihr sonst an keins drankommt, go for it. Kauft euch das. Lasst euch das nicht von irgendwem, der wie ich wirklich eine Menge Karten besitzt und zu viele Karten besitzt und schon ewig dabei ist und deshalb fast alles hat, was er haben will. Oder von irgendwem anders, der irgendeinem großen YouTuber hinterher plappert von wegen, ihr müsst alle Singles kaufen. Lasst euch davon nicht irgendwie beeinflussen. Kauft Singles ist ein Appell für Spieler, die Ahnung haben, was sie tun. Leute, die länger dabei sind. Und da macht das Sinn und da ist es auch richtig. Wenn ihr euer Modern-Deck vor Vollständen legen wollt, dann kauft nicht Booster für euer Modern-Deck, sondern kauft die einzelnen Karten. Genauso, wenn ihr euer Magic-Turnier-Deck fertig bauen wollt. Commander-Deck, ähnliches Prinzip. Wenn ihr genau die Karten aus dem Commander-Deck oder fürs Commander-Deck haben wollt, kauft euch keine Booster. Wenn ihr aber ein Commander-Deck habt und einfach nur random Stuff dabei tun wollt oder ihr vielleicht aus den Boostern ein Commander-Deck bauen wollt. Es gibt beim Commander-Kompass immer wieder auf dem Discord dieses Boxing-League, wo man aus einer Box Commander baut. Hammergeiles Prinzip. Dann go for it. Habt Spaß damit. Macht es. Passt auf bei Ebay-Käufen. Lasst euch nicht von anderen Leuten irgendwie beeinflussen, dass ihr das und das tun dürft und das und das kaufen dürft und das nicht. Habt Spaß. Und für die anderen, natürlich sind wir die erfahreneren Spieler. Natürlich wissen wir, dass die Leute Geld verbrennen. Sag denen das. Sag denen, hey, das ist aktuell Geld verbrennen. Das wirst du nachher bereuen. Aber wenn du das tun möchtest, dann tu das. Kauf nicht Singles, wenn du das Spiel nicht verstehst. Wenn ich mir überlege, was für Singles ich damals gekauft habe. Wir haben Rumpeltruppen bestellt bei einem Händler. Rumpeltruppen. Das ist eine richtig schlechte Kreatur. Richtig schlecht. Wir wollten die haben. Wir haben die gesehen. Wir fanden die cool. Wir haben die in den Booster gezogen. Die war stark. Wir brauchten noch drei weitere. Haben wir dreimal Rumpeltruppen bestellt. Das ist genauso Geld verbrennen. Weil wir die Karte nie wieder danach gespielt haben. Weil die Karte ist schlecht. Und das ist sogar noch schlimmer. Weil beim Booster öffnen hat man wenigstens noch diesen exciting Moment, wenn man das Booster aufmacht. Wenn man an diesen Karten schnüffelt. Ja, wobei bei den neuen Karten schnüffelt man nicht mehr dran. Wenn man die Karten da rausholt, die Karten durchguckt, die Karten sich anschaut, es einfach anschaut, den Effekt durchliest. Schaut, ob die Karte gut ist oder nicht. Und dann zu Rare kommt. Oder zu Mythic Rare oder mehrere Rares und Showcase und was nicht alle. Das ist ein exciting Moment, den ich mir nehme, wenn ich Singles kaufe. Wo ich genauso Geld verbrennen kann. Wenn ich keine Ahnung habe. Deshalb, manchmal ist es auch okay, Sealed Products zu kaufen. Und das ist etwas, was in der Flut, in der wir aktuell leben, einfach untergehen kann. Und leider oft geht. Was habt ihr denn für eine Meinung? Seid ihr eher wirklich Team Singles Only? Auch Anfänger sollen Singles kaufen? Oder stimmt ihr mir zu, dass Anfänger, gerade Leute, die einfach nur an eine Masse von Karten reinkommen wollen, auch mal einfach Sealed Products kaufen können? Habt ihr Balk? Habt ihr euren Balk mal gespendet? Habt ihr den verkauft? Sitzt ihr drauf? Tapeziert ihr damit eure Wände? Lasst es mich wissen. Lasst mir einfach in den Kommentaren mal da, was ihr zu diesem Thema denkt. Hey, das ist jetzt einer der kürzesten Blackie Talks, die ich bisher gemacht habe. Das tut mir leid dafür. Das ist etwas, was mir einfach auf der Seele gebrannt hat. Und deswegen musste ich es einfach mal runterreden. Und wollte es einfach mit euch diskutieren. Und freue mich auf die Kommentare. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr dem Ganzen ja eine gute Bewertung geben und anderen Leuten davon erzählen. Wenn ihr es auf Spotify hört und anderen Podcatchern, könnt ihr das da auch gut bewerten. Das wäre super. Danke dafür. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.